Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Hast du gewusst, dass wir im Mittel sechs Arme und Beine haben? Wie kommst du denn jetzt auf das? Na, den Mittelwert kann man ausrechnen. Wie denn? Zuerst zähle ich alle Werte zusammen und dann tue ich die Summe durch die Anzahl der Werte dividieren. Ich glaube, ich spinne. In der Mathematik verwendet man den Begriff Mittelwert. Aber wenn wir so miteinander reden, dann kann man auch sagen, im Mittel oder im Durchschnitt. Ah, okay. Das ergibt ja bei den Füßen gar nicht so viel Sinn. Bei durchschnittlicher Temperatur und durchschnittlicher Geschwindigkeit ergibt es schon einen Sinn. Schon gegessen. Ich glaube, ich spinne. Das ergibt ja bei den Füßen gar nicht so viel Sinn. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.